Ich gehe heute zum Bundesligaspiel von meiner eigenen Stadt, Göttingen. Gespielt wird gegen Braunschweig. Mal sehen, ob Göttingen gewinnt. Und das bei diesem schönen Wetter. Paul Berger Regenschirm, kein Problem. Also zu Nürnberg wird Basketball in der Halle gespielt. Wir gucken keinen Fußball, sondern Basketball. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie am Ende das Spiel ausgegangen ist. In der letzten Sekunde ist noch ein Ball geworfen worden und es war so knapp. Dieser eine Ball hatte alles entschieden. Das ist das Maskottchen zu viel. Ich liebe diesen Typen. Ich will wissen, wer da drunter ist. Bei jeder kleinen Pause haben die hier irgendwelche kleinen Vorführungen gemacht. Fand ich sehr cool. Und zum Verständnis, das hier ist Bundesliga. Genauso wie bei einem Fußball-Bundesliga. Jetzt guckt euch mal diese Bande an. Hä? Was steht denn da? Wenig Schmock? Hm. Esscandy? 24 Stunden Open? Schmockimat? Hä? Für deinen Hunger nach dem Spiel? Hey, das bin ja ich auf der Bande. Ich finde es cool, dass meine eigene...